www.faz.de Ich heisse Janik Vlaser und bin die 6. Saison beim EVZ. Geboren bin ich in Langnau und aufgewachsen bin ich in Langentag. Mein erster Verein ist Langentags. 2009 bin ich von Basel zum EVZ gekommen, weil ich den Sprung in die Nationalliga anzuprobieren wollte. Das ist mir zum Glück auch einigermassen gelungen bis jetzt. In meiner 6. Saison beim EVZ erwarte ich, dass wir aus dieser kleinen Krise herauskommen und die Playoffs erreichen. Checken und in die Schüsse liegen ist einfach mein Ding. Ich brauche das, ich mache das sehr gerne und das hilft einfach der Mannschaft. Meine sportlichen Hobbys sind, ich tue gerne Tennis spielen, Badminton. Aber was ich am liebsten mache, ist so Brettspiele, Spieleabendungen. Hockey bedeutet für mich eine Leidenschaft und man kann sich, ich sage es jetzt mal nicht so schön, auskotzen. Man kann sich austun und man kann alles geben, was man kann. Und am Schluss eines Matches kann man sagen, jetzt bin ich kaputt, aber ich kann voller Einsatz geben. So einligt凝ter 1. Per welcher適alen? So soll ichocalypse nicht an symptoms,